Ich freue mich am meisten bei Wetten, dass auf die Party, die nach der Sendung passt, weil ich noch nie auf einer Party war, wo so viele Stars waren. Und da ist der Mann, der sich auf die Party freut. Paul Eismeier, herzlich willkommen bei Wetten, dass in Jürgenberg. Kommt die drei mit? Ja. Die lassen einen Moment allein, sind gleich wieder da. So, Paul, schön, dass du da bist, Paul. Pass auf, ich stelle dir ganz kurz vor. Einmal Elton. Das ist, kennst du diesen Mann? Otto. Oh Gott, sehr gut. Und kennst du diesen Mann? Nein. Ich bin Sascha. Sehr gut, lass uns reingehen. Bist du eigentlich mit Sascha verwechselt gelegentlich mal? Wie bitte? Bist du mit Sascha gelegentlich verwechselt? Ständig. Dauernd. Dauernd, ne? So, pass auf. Paul macht es sich schon mal auf dem großen Stuhl gemütlich. Euch drei würde ich bitten, als Beisitzer hier Platz zu nehmen. Sehr gerne. Sehr besonderen Sofa. Und ich trage euch erstmal kurz die Wette vor, die uns Paul mitgebracht hat. Vorher muss ich allerdings Paul fragen. Paul, geht es dir gut? Bist du aufgeregt? Nein. Nein. Hast du gut geschlafen? Okay. Fühlst du dich wohl hier bei uns? Look at das Cherry Hill. Heaps. Fühlst du dich wohl hier bei uns? Hebranch. Let's go. Sofie-wit. Hebranch. Hebranch. Bist du dich mal sozufriedshausen? Hebranch. Philly. Hebranch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020